Turnteam Deutschland, it's my turn. Bitte nicht wieder ein vierter Platz wie bei den Olympischen Spielen. Schon immer habe ich von einer Medaille bei den Weltmeisterschaften geträumt. Das war in meiner Karriere mit der größte Traum. Stufenbacken bedeutet für mich fliegen, frei sein und trotzdem in kürzester Zeit Höchstleistung erbringen. Meine größte Stärke ist eigentlich, dass ich im Wettkampf immer voll da bin. Den meisten Rückhalt gibt mir meine Familie, ganz besonders mein kleiner Bruder, der es immer an mich glaubt und schon immer an mich geglaubt hat und eigentlich mein größter Fan ist. Sie ist sehr cool. Letzten Endes versuche ich immer positiv zu denken und zeige das auch gerne. Ich bin von letztem Jahr eine Medaillengewinnerin bei den Weltmeisterschaften, also glaube ich, dass mein Ziel auch relativ klar ist. Ich bin von